Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. So Till, bist du wieder da? Herrlich. Ich bin wieder da. Ich hab dich heut gesehen. Und immer, immer wieder ging der Schnittlauch auf. Ah, ich hab eine beste Laune. Ist das noch von Silvester? Das ist eine gute Frage, ob das noch von Silvester ist. Ich hab ja viel von dir gehört. Du hast viel von mir gehört. Meine Damen und Herren, was war da los? Ja, du warst ja in Köln, beziehungsweise in Neukölln bei deiner Tochter und hast ja mächtig da rumgebüllert anscheinend. Oder hab ich dich da verwechselt? Mit den anderen Migranten. Mit den anderen Migranten aus Westdeutschland. Genau. Wer aus Westdeutschland damals vor dem Mauerfall nach Berlin gegangen ist, war ja praktisch berlinerischer als der Berliner selber. Ja, und das Wort Kriegsdienstverweiger beinhaltete ja quasi auch Aufenthalt in Berlin. Ja, absolut, absolut. Das können Sie, das sag ich Ihnen, das sag ich dir jetzt mal, das kannst du alles in deinem Heimatland machen, ja? Ja, und zwar, das gilt, wenn ich nicht recht informiert bin, das gilt ab sofort. Ab sofort. Ja, ja, meine Tochter hat mir erzählt, was da los war, Donnerwetter. Ja. Ich weiß noch, ich hab bei Funk eigentlich das Beste dazu gelesen. Das war so eine Aufstellung, Funk, diese Instagram-Seite der Öffentlich-Rechtlichen, ja. Und da stand, glaube ich, irgendwie 140 Leute, davon die meisten mit Migrationshintergrund, es war Alkohol ins Spiel, Perspektivlosigkeit, Gewaltigkeit, sowieso, sowieso. Worüber wird nur diskutiert? Migrantenhintergrund. Ach, die Scheißböllerei, ne? Ey, einfach, und wusstest du, und das wusste ich auch nicht, ich hab jetzt so einen Artikel, so einen echten Expertenartikel dazu gelesen, dass wir fast das einzige Land in Europa sind, mit wenigen anderen, wo Böllern überhaupt erlaubt ist, so ein freies Böllern. Ja, das wusste ich tatsächlich, weil ich musste mich wieder wegen unserem Jüngsten mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen, ne? Ja, war das der gemacht? Ja, das ist auch ein Böller. Ne, der findet das natürlich toll, Böllern, ne? Ja, in dem Alter nochmal, ne? Ja, siehst du, und da siehst du es mal wieder, kann ich dich doch schon wieder gleich wieder herzeln und drücken, das hab ich ihm auch gesagt. Ich hab gesagt, hör mal, es macht bumm, es ist bunt, Feuer ist im Spiel und es knallt. Was, das als Elfjähriger kann man doch nur sagen, super, oder? Absolut. Und dann hab ich ihm gesagt, was auf der anderen Seite der Medaille steht, nämlich Alkoholisierte, die sich damit die Hände abschießen. Hab ich relativ wenig Mitleid, muss ich sagen. Ja, ja, und dann natürlich Rettungsdienste, die rausfahren müssen, die Krankenhäuser, die dann was zu tun haben und so weiter, Alkohol ist im Spiel. Und ich glaub, das war ganz gut. Ich hab ihm gesagt, pass auf, ich verstehe das, ich mach dir jetzt auch nicht die Hülle heiß, wenn du da an Silvester eine Rakete hochgehen lässt. Das hat er dann auch gemacht und hat auch einen Böller da geworfen, da wo wir auf einer Party waren. Alles okay. Aber ich dachte, ich zeig ihm wenigstens auch mal die andere Seite der Medaille. Also hier in Hamburg fing das so, ich würde mal sagen, sieben, acht Uhr abends an. Ab da wurde durchgeböllert. Wirklich pausenlos, pausenlos, wie in so einem Kriegsgebiet. Ja, haben wir bei Ministerin Lambrecht im Hintergrund auch so schön gesehen. Und dann so um zwölf Uhr jetzt etwas mehr, dann kamen die Raketen dazu und dann ging es auch bis morgens um sechs weiter mit der Böllerei. Ja, und du konntest genau am Himmel sehen, wo die sozial schwachen Viertel sind, weil da gingen natürlich die teuren Raketen hoch. Ja, das wird jetzt viel nicht gefallen, aber es ist so. Es ist einfach so. Und da kann man nur sagen, die Regierung, das hat sich ja auch gelohnt, dass wir jetzt diesen Energieausgleich kriegen, weil das Geld konntest du ja dann in die Böller stecken. Ja, total. Siehst du, und da ist, kann man doch mal sagen, da ist die Hilfe jetzt mal wirklich angekommen. Ja, ganz genau. Da ist der Preis, der hat sich wirklich mal gelohnt für Gas und Strom. Den haben wir dann einfach in Polen Böller und, das ist auch ein toller Ausdruck übrigens, Polen Böller. Ja, großartig. Da ist quasi die abgerissene Hand schon mit drin. Also als Subtext. Ja, das geht alles so. Ey, du musst dir mal vorstellen, wir haben Silvester ganz im kleinsten Kreis als Zweier-WG gefeiert. Oha. Waren dann am nächsten Morgen fit, weil kein Alkohol, sind dann relativ früh spazieren gegangen, so acht, Viertel nach acht. Ja. Und ja, hier Harvesthude, Hamburg Harvesthude, da in der Alster, da sind natürlich die vier, wo man mal eine Rakete abschießt. Ja. Und dann stand so eine Batterie von fünf Flaschen, Ruinard, Domperillon, wo wirklich die Flaschen schon absolut teuer sind. Und da wurden mal so fünf Raketen hochgesossen. Und damit war das Viertel auch zufrieden. Das hat gereicht. Ja. Alle wussten, was man meint. Stilvoll. Stilvoll und okay, jetzt ist das hier auch eine bessere Gegend, muss man sagen. Hier gibt es keinen Ein-Euro-Shop, hier gibt es einen 20-Euro-Shop. Unser Discounter heißt auch nicht netto, der heißt brutto. Ja, richtig. Und die Tiefkühlpizza ist nicht von Dr. Oetker, sondern von Professor Dr. Brinkmann. Natürlich, und zwar die Nech-Pizza mit viermal Käse. Ganz genau. Aber hier lässt man sich den Spinat ja auch von Fleurob schicken. Ah, ist das schön. Ja. Ja, überflüssig zu sagen, dass wir natürlich als Rossen plagen, die Polenböller hätten wir in solchen Vierteln natürlich in das Endrohr eines Range Rovers gesteckt. Damit er da kontrolliert, explodiert. Aber wir waren früher auch eben halt ein bisschen gerne mal auch auf der etwas düsteren Seite. Ich erzähle dir schon gar nicht mehr, was wir alles gemacht haben. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Kumpel Thorsten mitten im Juli, ich glaube, es waren 15 Packungen Silvesterknallerei jeglicher Art, aber wirklich von schwerster Artillerie. Ja, aber da sieht man doch schon mal den geistigen Anspruch. Ja, bis zu leichten Zeug und wenn das natürlich, es war ein gefundenes Fressen, das Zeug abgeräumt, still und heimlich und auf einem Schrottplatz kontrolliert, in Autos und was weiß ich nicht, nur an einem Lebensmüde, wie wir teilweise in Tanks reingeschmissen, egal. Aber erst als das Ding explodiert ist, könnte vielleicht noch Benzin drin gewesen sein. Ja, vielleicht. Ja, wenn man Glück hatte, ne? Ja, mein Cousin Kalle gehörte damals schon zur geistigen Elite, kann man sagen. Er war auch später tatsächlich Professor. Aber ich werde nie vergessen, er war so drei Jahre älter als ich. Das heißt, im gewissen Alter ist das ja quasi ein ganzes Leben älter. Ja. Die komplette Erfahrung schon mit drin. Und der hat ein Stahlrohr, eine Seite zugeschweißt, dann hat er da Schwarzpulver reingefüllt. Das konnte man sich damals noch besorgen. Ja. Die andere Seite so umgeknickt und dann eine Zündschnur mit eingearbeitet und das hätte ihn fast das Bein gekostet. Ja. Er durchschlug, das Ding ohne Scheiß, durchschlug eine Wand des Nachbarhauses. Und bei ihm gab es nur so einen Streifschuss, ne? Also ich sag mal, fünf Zentimeter weiter rechts, dann wäre das Bein hingewiesen. Aber quasi durch die Beine, durch die Wand vom Nachbarhaus, herrlich. Ja. Und das Schöne ist ja einfach, es ist natürlich wie immer, der Mob kennt kein Erbarmen. Nein. Und auf der anderen Seite liest du dann so, was weiß ich, in so WhatsApp-Gruppen, das kann ja nicht sein. Denn die Kinder haben sich so gefreut über irgendwie so eine, was weiß ich, so einen Sprühregenbogen, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Und ja, das lasse ich mir von, das lasse ich mir von so ein paar Chaoten nicht kaputt machen. Ja, ja. Wenn du dann sagst, vielleicht ist es besser, wir böllern gar nicht mehr oder wir machen das, nein, ne? Da lässt man sich das, die Venen, den Venus-Sprühbogen lässt man sich dann nicht von so ein paar Chaoten kaputt machen. Als wäre es systemrelevant. Ja, als wäre es. Ich werde es nicht verstehen, ey. Nein, vor allem, da sagst du dir einfach, Leute, warum macht der nicht, ich weiß, es ist schon müßig, darüber zu diskutieren, warum macht man nicht einfach irgendwie in der Innenstadt irgendwie kontrolliert ein nettes Feuerwerk, es macht piff, paff, puff, alle gehen zufrieden nach Hause, die das angucken wollen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Dann können wir doch zu Hause weiterbumsen. Ja, es kann doch zu Hause auch mal ordentlich geknallt werden. Richtig. Ja, 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 lass mich dich doch erstmal im Moment begrüßen. Meine, 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 meine lieben Cousinen, ich grüße den Heiligsten der drei Heiligen Könige, den Mann, der sehr selbstkritisch ist, vor allem sich selbst gegenüber, den offiziellen Playboy-Skihasen, der brasilianischen Skispringerin, den dreifachen Steher des doppelten Tulop, die Kunstsamenkanone sämtlicher Lustlanglaufläuten, den Mann, der sagt, solange ich ein Gewehr habe, werde ich nichts weiter beim Biathlon. Ah, sehr gut. Die westfälische Pointenäume und Pointenorge, Atze Schröder, Legende, Titan, Komedizeos. Was ich vergessen habe, streichen Sie es bitte nicht weg, sondern kreuzen Sie es doppelt an. Atze Schröder, sei gegrüßt. Ach, das ist doch, also dieser erdfeuchte rote Teppich will mir doch schon wieder den Weg ins 2023 weisen, bahnen und erleichtern. Das ist purer Luxus und ich nehme die Wahl an und ich kann dir an dieser Stelle schon sagen, ich habe heute Sport getrieben, mir tut alles weh, auf höchstem Niveau und jetzt kommt es. Und da können jetzt nur noch wenige mithalten. Jetzt kommt, also wahre Geschichte, ich habe ja hier so ein kleines Hotel mit Pool und so einen kleinen Fitnessraum und bin da eben so am trainieren, weil ich ja vor dem Podcast frei hatte. Plötzlich kommt rein Wladimir Klitschko. Nein! Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Wladimir, die Legende. Ja, ja, also nicht der Bürgermeister von Kiew, das ist ja Vitali Wladimir, der fünf Jahre Jüngere, kommt rein, ey, alter, ist das eine Kante, ey, leck mich am Arsch, ey. Da habe selbst ich keinen Ärger mehr gemacht. Da hast du mal zur Bewusstung gesagt, was willst du hier, ich trainiere gerade. Genau, Ziehleinepenner, ey. Linksrum oder rechtsrum hier, ja, ja, kannst du dir sparen. Kommt rein, echt imposante Erscheinung, sehr höflich und fragt, ob er ein bisschen mittrainieren kann und er selber nimmt so ganz leicht Handeln, also fängt erstmal mit Gymnastik an und nimmt so ganz leicht Handeln und macht so Boxbewegungen, nach links, nach rechts, immer schneller werden und so. Ich denke, Alter, ich muss jetzt hier auch mal ein Zeichen setzen und wechsle so still und heimlich meine 20 Kilo Kurzhandeln gegen 30 Kilo aus. Ich habe sie kaum zur Bank gekriegt, so und dann unter größten Anstrengungen, ey, dass mir keine Ader im Kopf geplatzt ist. Und der guckt immer so rüber und hat sich gedacht, dieser kleine Mann, was macht der da, ne? Auf jeden Fall, ich habe heute so hart trainiert wie noch nie. Da kann man mal sehen, Motivation ist alles. Und ja, ich muss ja übermorgen wieder auf die Bühne. Ich weiß aber nicht, ob es da geht. Ich kann es wirklich, ich bin, oh Gott, ey, ich habe jetzt schon eine Stunde gepennt hier auf dem Sofa, aber ich, also in diesem Monat wird das nichts mehr. Der Mikrofonständer wird gerade hektisch aus Aluminium neu angefertigt, aus leicht Aluminium. Da muss das Publikum auch mal Verständnis haben. Ja, das Mikrofon, neue Bühnenanweisung, darf nicht mehr als 350 Gramm in der Hand wiegen. Ja, aber jetzt überleg mal, ich habe quasi trainiert mit dem Schwergewichtsweltmeister. Ey, sensationell. Oder? Und dann ist er, und ich kann mir das richtig vorstellen, was das für ein höflicher Kerl ist und sowas alles gebildet und ey, alles überhaupt gar nicht dem Klischee entsprechend. Naja, und dann habe ich, irgendwann habe ich gefragt, weil ich auch höflich sein wollte, wollen Sie eventuell hier an die Handeln und so und weil er bei so einer leichten Handel-Ecke gestand. Aber nein, er wollte nur Gymnastik machen. Ich glaube, das hat mich am meisten gedemütigt. Für ihn war das wahrscheinlich ein Aerobik-Kurs. Ja, aber in der Kante ist er ja sowieso, also versucht er eben geschmeitig zu bleiben. Wo uns einer so schwer hebt, dass er direkt wieder zum Physio muss. Ach ja, das wollte ich dir doch nicht und euch allen nicht vorenthalten. Also ich trainiere jetzt auf Weltmeisterniveau, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja, und endlich mal, ich meine, ey, das ist ja, das ist dein Ruf da auch, wahrscheinlich ist ihm das zu Ohren gekommen, du musst mal da in dieses kleine Hotel gehen. Da ist ein Typ, der sieht so aus, als, da muss schon ein Weltmeister mit trainieren. Der hat es schwer drauf, aber ist das schon wieder herrlich. Ja, und während ich mich natürlich mit solchen Sachen wie Blackfacing bei Heiligen Drei Königen rumschlagen muss. Was war denn da schon wieder los? Ja, du weißt doch, die Heiligen Drei Könige, die Sternsinger gehen doch wieder um. Ah, wie heißen die doch? Harald, Timo und Sven. Und, warte mal, Skeletto. Malo. Und sie bringen Zahngold, Weinkraut und Möhren, ne? Rauchkraut, eine, warte mal, Rauchkraut, eine LP von Wenke Möhre. Und Zahnstocher mit Geschmack. Das war ja der Hit, der Zahnstocher mit Geschmack. Wie kam er an? Ja, super natürlich. Wir hatten die Geschmacksrichtung Berry, also Himbeere und Lemon. Ich habe dir von jedem also was zurückgelegt. Das ist ja nur mehr als angemessen. Er war natürlich, er war auch drei Köpfe größer, weil die Folge ja Zahnstocher mit Geschmack hieß. Ja. Und hat natürlich auch, sagen wir so, den Frauen, die es interessiert hat, gesagt, dass du ihn ein Genie genannt hättest. Ja. Ein verdammtes Genie. Ja, ist er auch. Ja, der frühe Ruhm. Aber er ist so ein Lieber. Ja, aber der frühe Ruhm ist ja noch viel mehr wert als das frühe Gelb. Ja, aber er hat es, glaube ich, auch nur einer Person gesagt, weil er ist einfach kein Angeber. Er hat es einfach nicht drauf mit angeben. Ja, das ist nicht seine Natur. Aber jetzt, jetzt ist doch, das ist doch ein Kind, er ist doch Sternsinger. Ja. Und zwar hat er mir erklärt, er geht dann rum und kritzelt hier die Haustüren voll. Ja. Wo ich ja mal eine Comedy-Nummer geschrieben habe, dass irgendeiner das beobachtet hat und die drei Schmierer erst mal verdroschen hat. Wie heißen Sie denn jetzt? Ja, Kaspar Melchior Balthasar. Balthasar, der fehlte mir. Ja. Ja. Und er hat mir erklärt, ich habe dann gesagt, wieso machst du da mit, wegen der Süßigkeit? Nein, weil da wird ja Geld gesammelt für ein Hilfsprojekt, für sowieso für Leute in Not. Und deswegen würde er da von Tür zu Tür gehen, den ganzen Tag. Ja, fand ich gut. Und dann ging natürlich die Frage um, kann man, einer von den beiden ist ja schwarzer, einer von den dreien soll ja schwarzer gewesen sein. Ja. Und ob man da mit Ruß doch jetzt nachhelfen sollte. Ja. Oder ob man das vielleicht jetzt, man weiß ja gar nicht, ob sowas noch erlaubt ist, so nach dem Motto. Ja, ja. Und ja, dann stehst du natürlich da und dann denkst du dir, ja, das ist das, was von der gesellschaftlich relevanten Diskussion letztendlich bis unten durchsickert. Und dann fragst du, sagst du natürlich, aber Leute, ich habe das mal gegoogelt, die soll es gar nicht gegeben haben. Ja, damit darfst du ja nicht kommen, weil, ja. Dann ist ja auch schon wieder alles am Arsch. Es soll nur Geschenke gegeben haben, aber man weiß überhaupt gar nicht, wer die drei waren. Also, ob es überhaupt drei waren, wann die überhaupt angekommen sind, keiner weiß, was genau ist, ne. Ja, ich muss ja nicht Lemmy schon wieder zitieren, ne. Ja, nee, nee, nee. Ja. Und dann haben wir mal unsere Meinung vertreten, dass also Blackfacing bei Heiligen Drei Königen doch völlig unangebracht wäre, weil wenn man es eh nicht wüsste und warum, wird ja eigentlich sowieso jeder jetzt im Dorf wissen, dass es unser Joost ist und die beiden anderen Chaoten. Ja, ich meine, wen soll man auch fragen, ne. Dein großes Idol Ratzinger ist ja jetzt zum Chef ins Vorzimmer versetzt worden, ne. Rocky Ratzinger, diese Weihrauch-Swingers. Ja, jetzt, ähm, ja. Ich hab ja immer gesagt, nichts interessiert mich weniger als das britische Königshaus. Ja. Und da wurde mir jetzt auf den letzten Metern in 2022 nochmal bewiesen, dass es noch was gibt, was mich noch weniger interessiert. Ja, äh, Ratzinger. Rocky, ja. Ja. Also, ey, meine, wenn ich jetzt ganz ehrlich, ey, Prinz Harry, ist das für eine Holzuse, oder? Ja, den will ich auch nur verkaufen. Also, Promo ist gut. Gibt's nicht. Ja, ja. Da haupt man schon mal seinen eigenen Bruder und Vater in die Pfanne. Ja, meinem Bruder hab ich auch eine gehauen. Ja, aber du hast ihn nicht öffentlich verunglimpft. Und bist im, äh, wie heißt er denn? Im Futternapf gelandet. So war's doch, ne? Ja, 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 ganz genau. Also, wenn man der einen Seite glauben darf. Ja, ich weiß auch nicht, ne. Kaum ist Elisabeth weg, ne, schon geht's drunter und drüber. Ja, und es ist alles so durchsichtig. Ich meine, der Junge braucht Geld. Ja. Ja. Was willst du denn machen, außer irgendwie schreiben, dass sein Bruder ein Doofkopp ist? Ja, da steht Harry dann allein auf weiter Flur. So, aber wir haben's ja schon mal benannt, ne. Wenn Elisabeth, die hat sich ja irgendwann mal gesagt, so, Harald, komm mal her, setz dich mal zu Oma. Ja. Komm mal bei Oma hier. Ja, äh, musset denn eine, musset denn eine Amerikanerin sein? In England gibt's auch viele hübsche Frauen. Und dann haben die sich angeguckt, mussten beide lachen. Nee, aber dann, ja. Komm mal, hast du einen Spiegel zu Hause. Und, äh, ja, es haben jetzt einige schiefgelaufen, ne? Ja. Ach, was soll's. Ey, wir können uns doch auf nix mehr böllern. Äh, äh, wie gesagt, ja, nein, Blackfacing, Heilige Drei Könige, ja oder nein. Äh, vier-Schanze-Tournee, gewinnen wir auch nicht mehr. Vier-Schanze-Tournee, das ist etwas, sagt sie, also... Ich merke, du hast den Spiegel gelesen. Nee, wo ich als Kind, wo ich als Kind, ich hab nur heute Morgen gelesen, das ist ein Norweger, äh, zum ersten Mal seit 18 Jahren hat's ein Norweger, äh, hatten die vier-Schanze-Tournee. Aber, ey, die vier-Schanze-Tournee, mein Alter hat die immer geguckt. Und das ist etwas, wo ich selbst als Kind nicht mehr hingeguckt hab, obwohl der Fernseher an war. So, das sind ja vier-Schanze. Das ist einmal Garmisch-Partenkirchen, das ist Obersdorf und die anderen beiden sind... Innsbruck. Innsbruck. Und Bischofshofen. Hofen? Ja, Bischofsheim? Nee, Bischofshofen, ne? Ja. Ja, ich hab den Himbeer-Toni vom Fremdverkehrsverband, hab ich in Obersdorf mal... Ach, die Story hab ich ja schon mal erzählt. Ja. Egal, aber das ist doch sowieso... Ey, da hast du selbst als Kind nicht mehr hingeguckt, da hast du gesagt, ey, sorry, ich bin raus, oder? Ja, überhaupt Skispringen, ne? Ähm, ich weiß, damals wollte, als die Formel 1 so gut lief bei RTL, da wollte man Skispringen zur Formel 1 des Winters aufbauen bei RTL. Richtig. Millionen hat man da reingesteckt, ein bisschen Geld ist auch bei mir gelandet, weil ich auf diesen ganzen Galas aufgetreten bin. Und ich weiß noch, Frauke Ludewig, damals gerade bei Radio FFN gewechselt zu RTL, entpuppte sich bei diesen Veranstaltungen als begnadete Säuferin. Ja. Aber der Deutsche Skiverband und RTL kamen kulturell nie so richtig zusammen. Ja. Also die Offiziellen vom DSV, die sind immer so um 10 gegangen und dann haben wir umgeschaltet auf Party. Aber die Verbindung zu Obersdorf, ganz liebe Grüße an die Fremdverkehrsleiterin Petra in Obersdorf. Ja, also diese Verbindungen sind geblieben. Aber kein Schnee, wir haben kein Schnee nicht. Ja, das sieht ja auch toll aus, wenn die dann diese Kunstleupen herstellen, oder? Herrlich. Alles ist grün und so eine Kunstkanone und macht dann irgendwie so ein weißes Band in die Landschaft. Es ist alles nicht mehr so. Kein Wunder, dass die Leute sich darauf stürzen, dass die Sesamstraße 50 wird. Da können wir uns alle drauf einigen. Was hast du denn eigentlich gelesen, dass du das jetzt hier so abarbeitest? Nein, ich arbeite das gar nicht an. Wie, jetzt so Stopp. Ich drücke jetzt die Reset-Taste. Wie war die Silvesterparty? So, wie war die Silvesterparty? Äh, angenehm. Was waren noch drei andere und ähm... Kamst zu Übergriffen, kamst zu Blamagen, hat sich jemand daneben benommen? Nee, tatsächlich keiner. Wirklich nicht keiner. Muss man jetzt wirklich sagen. Schade. Ich hab wirklich, äh, ich hab jemanden getroffen, der ursprünglich aus Hamm kommt, aber schon seit langem in Amerika lebt, äh, dort ein erfolgreicher Marketingmanager ist. Mit dem hab ich mich tatsächlich viel über Podcast unterhalten und ähnliches und über den Zustand... Ja, es klingt jetzt so doof, aber das war wirklich ein sehr... Wir haben die Welt gerettet in zwei Stunden. Eins von diesen Gesprächen, du kennst es. Ja, auch gerettet und auch gleich aufgeteilt. Ja, wir haben sie, wir beide führen diese Gespräche ja auch immer sehr gerne. Und so ein... Und da ging die Zeit von neun bis halb zwölf um wie im Flug. So, dann gab's, was ich auch gut fand, kein Raclette. Es hieß Rihanna Raclette. Stattdessen hat sich jeder was mitgebracht. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, und kam dein Reissalat gut an? Äh, wir hatten einen mediterranen Nudelsalat gemacht. Ja, der... Ich weiß, da sagen jetzt einige, das gibt's doch gar nicht, ey. Einen Nudelsalat, der gehört ein Pot Mayo, eine Fleischwurst, Erbsen und, äh... Nee, und eine Portion Fleischsalat. Ja. Und eine Portion, genau. Dann werden einen mediterranen Nudelsalat gemacht mit gerösteten Pinienkernen, mit getrockneten Tomaten, und Rucola und Mozzarella drin. Einfach mal, ne, damit nicht immer nur, mit Schappi nicht immer nur im Spiel ist, sondern auch mal, mal Gemüse, Vitamine. Ja, ja, ja. Nüsse. Also, ey, vor drei Jahren, wenn du vom italienischen Nudelsalat gesprochen hast, dann warst du aber schon im Aftershow-Bereich. Im Café Bockspringen. Ja. Wurde denn getanzt? Äh, das weiß ich nicht hinterher. Wir sind tatsächlich um halb zwei haben wir dann mit unseren Kindern, die dann auch rechtschaffend fertig waren, die Party verlassen. Dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht und haben aber dann nochmal, du kennst das ja, eigentlich hieß man todmüde und dann kommt diese glorreiche Idee, aber einen kleinen nehmen wir doch noch aufs Haus, oder? Ja, ja, ja. Oh Gott, das wurde dann eine Flasche, dann hieß es, jetzt nehmen wir aber noch einen Schnaps dazu, oder? Ah, Schnaps auch. Aufs neue Jahr? Ja. Und, ähm, und der Rest geht ein, in die Annalen. Ja, ja. Der Rest ist gerade, wird die Vorsetzung vom Kamasutra geschrieben. Eierspagat im Chefsalat, ja, herrlich. So, ja, und das war's eigentlich schon am nächsten Tag. Kopfschmerztablette und alles war wieder in Ordnung. Und natürlich der felsenfeste Entschluss, der jetzt aber nun wirklich auch mal Feierabend ist. Ja, ja, ja. Und das hat auch, das hat auch richtig gut geklappt. Ja. Bis zum nächsten Wochenende. Ja, dann, ja, dann hoffen wir mal, dass die Kinder irgendwann nicht mehr mitwollen. Ich weiß gar nicht, wo ich's mitgekriegt hab, als Zitat im Fernsehen oder in der Dokumentation. Es ging um den Rock'n'Roll. Ich wollte gerade sagen, Rock'n'Roll ist tot. Weißt du, ich geh um zehn ins Bett, Silvester, du bringst Nudelsalat mit und fährst brav nach Hause. Der Rock'n'Roll ist tot und irgendjemand hat gesagt, du wirst es besser wissen als ich. Eigentlich ist der Rock'n'Roll schon lange tot, weil er wurde verkauft, der Rock'n'Roll wurde verkauft, kommerzialisiert und wurde von Leuten verkauft, die sich da noch mehr Einbauküchen und noch mehr SUVs gekauft haben. Ja, und da musste ich so innerlich mitnicken. Das stimmt natürlich. Klar, das ist ein Riesengeschäft. Erstmal sind alle wild, die Hälfte stirbt, zu viel Drogen und Alkohol. Dann wird das Ganze kommerzialisiert, weil man noch mehr Geld rausholen kann und irgendwann ist sowas tot. Ja, die Revolution frisst ihre Kinder, ne? Ja, absolut. Das ist ja immer dasselbe. Du bist jung. Bleiben wir jetzt mal bei so einem klassischen Beispiel wie die Rolling Stones. Ja, sehr gut. Ohne Wertung. Ja, ja. So, da leben fünf oder vier 18-Jährige, Bill Wyman war jetzt ein bisschen, aber nehmen wir jetzt erstmal Mick, Keith und Brian als 18- bis 20-Jährige, leben in einer Messie-Wohnung ohne Heizung und warmes Wasser. Da mussten sie immer ein Schilling reinwerfen. Alles verdreckt, alles schimmelig, keiner hat je abgespült, die Mütter an die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben ein paar schlecht gestimmte Instrumente, das Billigste vom Billigsten und sind exakt zehn Jahre später die größte Rock'n'Roll-Band der Welt mit Drogenproblemen, mit Steuerproblemen, mit Jet Set und allem Pipapo und 50 Jahre später ist nichts mehr übrig. Geblieben von den Street-Fighting-Men. Wie auch? Wie auch? Ja, natürlich. Ey, es ist nichts schwerer als in Würde als Rock'n'Roll-Star zu altern. Weil wie du schon schreibst, erst bist du in der WG, drunter und drüber an jeder Ecke liegen Drogen und irgendwann fährst du im Rolls-Royce durch die Gegend. Ja, genau. Und dann kann der Rock'n'Roll nur sterben. Ey, die Beatles, habe ich neulich noch gelesen, auf ihren ersten Tourneen, so 61 oder so, durch das englische Niemandsland. Ja. Da war es teilweise im Winter so kalt, dass sie sich hinten im Bulli auf die Backline übereinander gelegt haben, um sich zu wärmen. Ja. Weil die Heizung kaputt war vom alten Bedford-Truck. Ja, ja, ja. Und das kennen wir doch auch. Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt springen wir mal wieder zu uns, holen wir es mal wieder zu uns ran. Wir sind natürlich auch überhaupt keine Rock'n'Roll mehr. Nein, natürlich nicht. Wie auch? Und ich weiß auch, wie ich losgefahren bin mit den Jungs früher, ne? Im zerbeulten VW Passat oder Kadett, Löcher in der Hose, kein Geld für ordentliche Klamotten. Jeder zweite Satz war, wenn du irgendwo aufgeschlagen bist, aber sie ziehen sich doch noch um, oder? Ja, aber du hattest ja gar nichts. Dem Satz hast du oft gehört, ne? Ja, aber du hattest natürlich gar nichts zum Umziehen. Außerdem wolltest du dich ganz nehmen und der Penner sollte die Schnauze halten einfach, ne? Ja, ja. Und du warst jung, wüdelnd und du hast überall gespielt, wo eine Steckdose war. Ja, ja. In den, das kennst du doch auch bis zum Erbrechen. Du hast doch auch in Betten geschlafen. Ja. Wo du dich mit Klamotten reingelegt hast, weil du in dem Siff nicht schlafen wolltest. Ja. Du hast das schlechteste Essen gefressen, weil du von der Küche, weil für die Gala-Leute gab es das Gutes, für die Band gab es nur den letzten Scheiß zu fressen, die verbrannten Koteletts oder was weiß ich nicht noch alles. Immer gern mit dem Zusatz, ihr Essen ist in der Mache. Ja. Ne? Ja, ja. Wo dürfen wir uns hinsetzen? Hier schon mal gar nicht. Ihr sitzt hinten in der Küche. Ja, ja, ja. Bis du irgendwann in deiner Bühnenanweisung stehen hast, ich hätte gerne eine Flasche Champagner, dann hätte ich gerne Süßigkeiten, dann hätte ich gerne eine Espressomaschine und ein ordentliches Brötchen und vor allen Dingen sauber, ordentlich, gefegt und damit bist du ja noch nicht mal überkandidiert. Ey, da sprichst du weit an und zwar kommt dann, irgendwann kommt die Agentur dazu. Die meint es gut, sie schreibt dir eine Bühnenanweisung, wo alles drinsteht, dann wird die Agentur größer, du wirst älter, die Mitarbeiter in der Agentur werden jünger, die denken sich, ach, dann packen wir nicht auch noch mit rein, dann ist da Ruhe an der Stelle. Ja. Die haben ja schließlich BWL studiert. So und irgendwann hast du die Garderobe voll stehen mit Sachen, wo du denkst, wer hat das denn eigentlich bestellt? Jetzt rief Katha mich kurz vor Weihnachten an und irgendwie jetzt zur neuen Tour, also zum letzten Stück der Tour sozusagen, die letzten drei Monate, aber für in diesem Jahr eine neue Tour, da ging es um die Bühnenanweisung und da habe ich eigentlich bei jedem Punkt gesagt, weißt du was Katha, es ist mir scheißegal, streicht das doch alles. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Ja, das ist ja auch ehrenwert, aber irgendwann ist das ja auch mal Ausdruck von Macht. Ja, du bist der neue Shootingstar und alle die, die dich vorher klein gehalten haben, die sollen jetzt verdammt nochmal wissen, dass es mit der Pension zum goldenen Tripper nicht mehr getan ist. Nicht. Du willst jetzt in der Schlecker-Suite im goldenen Hühnerei wohnen, verdammt nochmal. Ja, ja, ist so. Ich weiß, wenn man so richtig dann unter Druck kommt, so 2003 bis vielleicht 2008, die so viele Termine hatte, du spinnst ja auch irgendwann in der Birne. Du liegst in der Garderobe und es brummt irgendwo und du gehst einfach davon aus, dass der Veranstalter dich leiden kann und deshalb extra da irgendwas brummen lässt. Ja, natürlich. Bescheuert, ey. Dann rufst du unten an, hör mal Leute, hier brummt irgendwas, ne? Und dann sagen die, kann nicht sein. Doch, brummt was, ey Leute. Und fünf Minuten später stehst du unten und sagst, ey, ich will ein anderes Zimmer haben. Aber ich kann mich schon erinnern, dass das, also jetzt wollen wir nicht so tun, als ob das bei dir gestern erst alles umgeändert wurde. Ich weiß noch, das ist jetzt Jahre her, komm. Ich würde mal sagen, das ist mindestens acht Jahre her, da waren wir irgendwo in Kassel und umgeben unterwegs, wir beide. Unsere Zimmer lagen gegenüber und ich ging in meins rein und sagte, oh, das ist aber klein und kuschelig schön. Und du machtest die Tür auf und guckst in so eine gähnende Leere. Speed. Und da werde ich nie vergessen, wie du gesagt hast, ey Till, kann ich dein Zimmer haben? Ey, ich habe keinen Bock, das ist mir zu groß. Ich kann, es geht mir auf den Sack immer diese, und du hattest, und ich war, erst habe ich gedacht, der ist so bescheuert, aber hinterher so drüber nachgedacht, so habe ich gedacht, ja, klar, wenn du immer nur in der Suite wohnst, wenn immer nur alles groß und großzügig ist und manchmal hast du, findest du es eben halt auch gut, wenn es alles kuschelig klein ist. Es setzt ja dann so einen Umdenkprozess ein. Ja, wo du gerade Kassel sagst, da gibt es so ein Hotel von, wie es das ja in jeder größeren Stadt gibt, von irgendeinem Industriellen, der hat sich da verwirklicht mit seinem Hotel. Ich glaube, das heißt Skala oder so. Auf jeden Fall, da war es auch so, ich komme da nachts an und habe so mehr oder weniger die Präsidentensuite mit so einem runden Bett in der Mitte, das Bett, so drei Meter Durchmesser und überall Spiegel, also Porno hoch zehn. Ich habe wirklich unten angerufen bei der Rezeption, also kommt Dolly Basta gleich noch oder womit muss ich hier rechnen, habt ihr nicht ein ganz normales Doppelzimmer für mich? Und da ging es auch so hin und her, nee, das geht doch nicht, doch. Ich hätte fast einen Aufpreis bezahlt für das normale Doppelzimmer. Ja, aber das ist es dann am Ende des Tages. Und es kippt natürlich alles irgendwann, auch davon kann man natürlich in Anführungsstrichen genug kriegen. Wie sind wir denn da jetzt überhaupt drauf gekommen? Ja, weil die Revolution frisst ihre Kinder nochmal irgendwie, ne? Und das ist es natürlich. Komfortzone. Fidel und Che Guevara haben irgendwann Kuba von Batista befreit und irgendwann saßen sie selber im Palast, Schuhe hoch, so jetzt trinken wir den Dom Perignon alle, rauchen die dicken Zigarren. Ja, Che Guevara selber brauchte ja eher was anderes, ne? Ja, gut. Er brauchte den Kampf. Ist ja auch in Bolivien dann nicht gut ausgegangen, wie wir alle wissen. Nee, denen haben sie die Hammelbeine langgezogen, um das mal so ganz euphemistisch zu sagen. Ja, und die Hand abgeschnitten, glaube ich, ne? Ja, zum Beweis, dass er es war. Ja, die Hände abgeschnitten. Aber wie dem auch sei, wir werden Kuba nicht mehr befreien. Nee, nein. Machen wir uns nichts vor, das schaffen wir nicht mehr. Ich werde auch Wladimir Klitschko nicht mehr besiegen. Nein. Aber er ist ja eh zurückgetreten insofern. Und du bist ja auch vor Jahren schon zurückgetreten vom Schwergewichtsboxen, ne? Ja, 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 ja. Muss man ja auch mal sagen. Und den Rolls-Royce hole ich jetzt wirklich, jetzt bestelle ich ihn auch nicht mehr. Jetzt ist es auch durch. Aber ich musste mich jetzt die Tage wieder beschimpfen lassen. Das gibt es gar nicht. Auf Facebook ist es ja richtig hart immer. Die sind so richtig assi im Verteilen von Scheiße. Und bei Instagram geht es noch. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich hatte gepostet, dass ich so eine vegane Gänsekeule gegessen habe. Du hast aber auch richtig Lust auf Ärger. Ja, natürlich. Ich habe es, glaube ich, so mittendrin schon gesagt. Die ersten werden jetzt schon toben vor Wut. Und dann brach da eine Welle los. Aus allen Kanälen wurde ich quasi mit Scheiße überkübelt. Und du denkst, ey, Leute, ich habe einfach nur was Veganes gegessen. Aber wie viele Leute sich dadurch angegriffen fühlen, ist unglaublich. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst jetzt alle vegan essen oder irgendwie missioniert. Einfach nur gezeigt, lecker hier, schmeckt mir gut. Ja. Bei Facebook, da waren einige schon so weit, ja, lass du dich doch impfen und du Systemling. Und du machst dich auch zum Steigbügelhalter dieses politischen Systems. Ich habe dann immer mal so hin und wieder, wenn ich Bock hatte, drunter geschrieben, aber ich habe doch nur gegessen. Ja, damit fängt es an. Und damit hört es auch auf. Aber das werden wir, da werden wir, da werden wir, ja, das ist, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, und jetzt komme ich, ach Gott, und jetzt komme ich. Ja, das klingt ja wie abgesprochen, wenn ich jetzt von meinem mediterranen Nudelsalat erzähle, ach Gott, es will. Ja, du kannst ja mal was posten. Ja, wenn ich dir jetzt noch sage, dass ich mittlerweile, weil meine Frau mir das so vorgemacht hat, ich esse jetzt sogar Haferschleim zwischendurch. So mit Obst reingeschnitten. Ja, wieso, wenn das gut gemacht ist, lecker. Ja, natürlich. Aber du siehst ja, ja, das kommt nicht an. Ich weiß nicht, was mit den Leuten stimmt. Aber ey, was könnte der Grund dafür sein, dass sich einige dadurch so angegriffen fühlen? Wie gesagt, kein Wort von, müsst ihr auch machen, oder Fleisch essen ist scheiße. Einfach nur, ich habe hier was gegessen, das ist lecker. Ja, aber da bist du, ich finde, das gehört für mich alles in den Topf, dieses, wie man sagt, ey Leute, vergesst doch mal hier dieses Böllern. Ey, jetzt, lass doch mal hier. Nein, ich lasse mich nicht mehr reglementieren. Ich habe so viel, ich habe genug gemacht für diesen Start. Wir können doch, wir müssen doch hier nicht die Kinder mit Ruß anmalen, wegen so einem Vierlefanz. Und das haben, nein, das haben wir immer gemacht. Das ist richtig, das ist so. Abendländische Kultur heißt es dann plötzlich. Ja, sicher. Genau, und du musst jetzt hier deine Blage anmalen, damit du im Alleingang die abendländische Kultur rettest. Ja, und das mache ich nicht, genau. Und genauso rette ich es, aber das, ja, das ist das Problem. Ey, ich weiß, das klingt jetzt wieder, du sagst jetzt wieder wie abgearbeitet, aber heute Morgen habe ich zufällig auf Instagram, und ich schwöre, es ist einfach jetzt zufällig, es passt aber. Habe ich gelesen irgendwie, dass der von einem Mitglied der Last Generation, ich glaube, ich kann mich nur an diesen Vornamen erinnern, Henning sowieso, der meinte, dass die Mehrheit hinter ihm stehen würde eigentlich. Und das wurde zitiert, und was glaubst du, was da, da stand genau sowas da drunter, wie du, mit deinem sowieso, ein Scheiß, und was weiß ich nicht nur alles, und nix da, und ist wieder alles dabei, von, wir sollten mal ordentlich arbeiten gehen, und so weiter und so fort. Die ganze Nummer, von vorne bis hinten. Und du denkst einfach so, ey, ganz runtergebrochen, äh, ja, natürlich, das Klima retten, klar, bin ich dabei. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, ja, ach, Mann, ey. Aber es wird nicht mehr differenziert, ne, also, dass eine Dialektik, eine Dialektik in der Gesellschaft ist, finde ich richtig, ne, alle für und wieder abwägen, aber, dass es gleich so polarisierend sein muss, ne, man kann doch einfach mal zuhören. Ja. Oder, wie ich das eben halt immer versuche, den Kindern zu sagen, pass auf, es gibt zu deiner Medaille noch eine Gegenseite. Ja. Ne? Ich kann das verstehen, ja, aber, ne, bedenke bitte auch. Ach, gestern, ach, gestern war es, es war wieder soweit. Durch Zufall, wie es so war, ähm, habe ich genau den Anfang erwischt von, äh, ähm, einem, eine Arte-Dokumentation über Denzel Washington. Ah, hab ich auch gesehen. Hast du das auch gesehen? Hab ich gesehen. Spiegel Bilder Amerikas, ne? Hab halt ein toller Kerl, oder? Ah, und, ey, weißt du, wo, wo ich richtig steil gegangen bin? Ich kann's mir denken, ja. Bei dieser Aktion, wo er gesagt hat, ja, wie, äh, wie, äh, wie sehen Sie denn diese Ungerechtigkeiten in dieser Welt und dieses und jenes und sowas alles? Und wo er sagte, ja, ich war dabei. Ja. Äh, ja. Ich bin betroffen. Ich hab da unten bei den Oscars gesessen und hab meinen Namen nicht gehört. Ja. Äh, auch speziell auf die Ungerechtigkeiten im Business, ne? Äh, ich habe erlebt, dass ich diese und diese Rolle nicht gekriegt habe, dass ich nie aufgerufen wurde, dass ich so und so besetzt worden bin, dass ich mit solchen Drehbüchern, ich bin dabei. Und, was soll's? Wo ist der Punkt? Weiter geht's. Ja, ja, ich hab, den hab ich tatsächlich auch mal bei Wetten das kennengelernt und, äh, also richtig feiner Kerl, ne? Also so einer, der zuhört, der nicht nur so aus Höflichkeit stehen bleibt und mal kurz die Hand schüttelt, sondern, äh, sich wirklich unterhält. Ja, Hammertyp. Hammertyp. Ja, und da hab ich auch gedacht, da kann so viel von solchen Leuten lernen. Ja. Ne? Dass man eben halt nicht nur in der Mitte stehen bleibt und anfängt zu lamentieren und rumzunölen, ne? Was alles scheiße läuft. Das verändert ja auch nichts, ne? Ne, genau. Ja. Ja. Wie er konsequent daran gearbeitet hat, um irgendwas zu ändern. Ja, ja. Wie er in Drehbücher eingegriffen hat, wie er gesagt hat, das und das mach ich nicht mehr und dieses und jenes mach ich und das stelle ich so und so da. Ey, Tenehazy Coates, dieser Schriftsteller. Ja. Ne, dem er, selbst in so einem Schrottfilm wie, in Anführungsstrichen schon, wie der Equalizer 2, der wirklich nur ein Drittel so gut war wie der erste Teil. Ja, ja, ja. Hat er doch diesem, diesem hoffnungslosen jungen Schwarzen da, der dahinter und hergerassen war zwischen Gang-Mentalität. Ja, der die Wand streicht. Ne? Ne, hat er dieses Buch in die Hand gegeben von Tenehazy Coates. Ja. Ja, dieses Buch, Tenehazy Coates zwischen mir und der Welt heißt das, glaube ich. Und, ähm, tja, das, wenn du das gelesen hast, sagt er zu ihm, dann sprich wieder mit mir. Dann weißt du, ach, sowas finde ich einfach gut, dass man selbst so kleine Botschaften noch in, ähm, in solche relativ sinnbefreiten Filme packt. Ja, ja, ja. Am Ende des Tages, ja, toller Typ, kann ich allen auch nur empfehlen, Spiegelbilder Amerikas. Ja, verrückt. So, Till, kommen wir. Wer macht das denn mit? Ja, ja, Entschuldigung. Ja? Ja? Ich hab mich verloren. Ich hab mich verloren. Ja, deswegen, ich hol dich ins Hier und Jetzt zurück. Ja. Ich find's ja gut, dass du so viel Leidenschaft in deinem hohen Alter hier noch an den Tag legst. Ja. Und nochmal Puls kriegst. Wird Zeit hier für E-Mail und die Detektive, oder was? Richtig, richtig. Muss ich die Gitarre rausholen? Ja, hol die, hol die, die Axt, hol die Axt. Heute mal einen anderen Song, oder? Ja. Oder? Dasselbe Lick nochmal. Ich fand's super. Aber du hattest die Tage irgendwas von den Stones gepostet. Echt? Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Telecaster. So ein Gitarrenanfang. Äh, äh, ein Gitarrenanfang? Ah ja, ich weiß, genau. Aber das ist, aber was hältst du da von hier? Was hältst du da von? E-Mail und die Detektive! Ah ja, mit LED Zeppelin geht's immer. Ja, hier ist noch alles live. Hier wird fett noch mit U geschrieben. Super. Ja, ich hab bei dem Song nie den Huster am Anfang begriffen. Er hustet auch einmal und dann geht's erst los. Badam, badam. Achte mal drauf. Ja, ich achte drauf, aber meiner Meinung nach ist jeder Ton, auch wenn er gehustet ist, bei LED Zeppelin heilig. Und, äh, John Bonham hat's ja eigentlich richtig gemeint. Er musste gar nicht mit ansehen, wie der Rock'n'Roll stirbt. Er ist am Rock'n'Roll gestorben, ne? Ja, äh, was war's nochmal genau? Ich glaube, es war, äh, an den Folgen eines, er hat, glaube ich, einen fünffachen Wodka, O-Saft, es ist alles. Und danach noch, aber noch ein paar andere Sachen zu sich genommen, innerhalb kürzester Zeit. Ist dann ins Bett und da auch erstmal geblieben. Ey, da kann ich nur sagen, O-Saft, es ist wirklich nicht gut für den Magen. Das ist, es ist einfach zu, es ist zu sauer, es ist zu sauer. Zu sauer, zu sauer. Lieber was Basisches trinken. Aber lass uns, äh, Emil, bevor uns der Rock'n'Roll wieder in die Tiefe zieht. Nein, genau. Kommen wir zu E-Mail. Emil, E-Mail, Emil. Wer fängt an? Äh, ach, ich kann ja mal geben hier. Ja. Willkommen zurück aus der Winterpause, schreibt uns Marcel. Moin die Herren, die Feiertage und den Jahreswechsel gut überstanden, können wir beide mit Ja beantworten. Ja. Lobpreisung lasse ich weg. Richtig so. Äh, was mir aber schon seit einiger Zeit durch den Kopf geistert, sind vier Fragen. Ach, das ist gut, vier Fragen an uns. Ruhig Fragen stellen, die wir beantworten gerne, die ihr beiden gesegneten Blues Brothers doch garantiert beantworten könnt. Also, mit mir geht's los. Atze, du postest und teilst ja immer wieder mal Videos in deiner Instagram-Story, in denen verschiedene Leute tanzen. Jaja, ich bin tanzbegeistert, auch wenn ich's nicht kann. Ist das ein dezenter Hinweis, dass man dich vielleicht auch mal bei RTL Let's Dance sieht? Nee, würde ja passen, da hat du als ehemaliger Tanzlehrer doch große Chancen auf den Sieg hättest. Ich glaube übrigens, mein Exemplar von Blauorgig war ein Mängelexemplar, denn diese Information hast du nirgends erwähnt. Okay, ja, das liegt daran, mein lieber Marcel, da ich nie Tanzlehrer war. Ich war mal bei, was bin ich? Und da sollte die Jury meinen Beruf raten, meinen erlernten Beruf und damit nichts Besseres einfiel, habe ich einfach Tanzlehrer gesagt. Ja, dann habe ich mit der Assistentin eine federleichte Pummelfee, habe ich so einen Rock'n'Roll getan, so angedeutet. Es sah so aus, als würde ich das können. Dann habe ich die hochgeworfen unter Einsatz aller meiner Muskeln, die aufgefangen und dann ist sie durch Zufall auf meinem Knie gelandet. Ich ging in die Hocke und das Studio tobte und ab da waren sich alle sicher, der war wirklich Tanzlehrer. Aber ich habe noch nie eine Tanzschule von innen gesehen, ich war wirklich noch nie Tanzlehrer, das habe ich mir einfach nur ausgedacht. Sehr gut. Ja, so, die nächste Frage, die geht aber dann auch schon an dich. Till, deine Figur, der Schlagersänger Bret Hart. Brach für mich auf die Frage, wie du auf diesen Namen gekommen bist. Ist es eine Anspielung auf den ehemaligen Profi-Wrestler Bret Hittmann Hart? Ja, Frage. Nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, ob es Obels Idee war, weil der den als Head angesagt hat und dann war es halt so, dass er, glaube ich, sagt, die nächste Nummer, meine Damen und Herren, ist nicht nur Hart, sondern Bret Hart. Und so heißt auch der Interpret und ich glaube, so ist es zustande gekommen. Und Obel machte dann den Lieder Thomas Heck sozusagen. Ja, der machte dann den Lieder und ich sozusagen Bret Hart und die Trippers, die sangen ja dann damals diesen Song. Und ich glaube, so ist das entstanden, immer aus diesem Hexenduktus raus. Also mehr oder weniger auf der Bühne entstanden, keine große Idee dahinter. Ja, nee, nee, war tatsächlich. Und dann fanden wir die Idee eben halt mal ganz witzig, Weihnachten mit Bret Hart oder Bret Hart und Weihnachten. Ich glaube, das Album müsste ich eigentlich immer nochmal machen, Weihnachten mit Bret Hart. Ja, 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 vielleicht für dieses Jahr ein guter Vorsatz. So, nächste Frage, ist die Intromusik eures Podcasts von dir, lieber Till, komponiert und eingespielt worden? Nein, nein. Hat uns nicht irgendeiner mal die ganze Melodie geschickt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren damals im Studio von Oliver Fersch in Köln, die ersten Wochen und Monate. Und genau, eins der besten Studios in Deutschland, was speziell das gesprochene Wort angeht. Und die haben dann die Musik geliefert und da die ja auch jede Menge Sprecherinnen haben, hat dann eine von denen das gemacht. Ja, ich weiß doch, erst war es eine männliche Stimme und dann haben wir beide noch gesagt, hast du nicht etwas, was so ein bisschen, ja, so eine schöne, etwas leicht, so an Bettina Rust angelehnte, angenehme Frauenstimme? Ja, aber wer das ist, weiß ich auch nicht. Ich finde die Nachricht vor gut und ihm geht es ja, also ganz liebe Grüße nach Schleswig, lieber Marcel. Ja, hier schreibt uns Miriam, Cousine Miriam, hallo und frohes neues Jahr, ja, wünschen wir dir auch. In der letzten Folge des Jahres habt ihr mal wieder bewiesen, wie drauf ihr es habt. Ja, ich stimme selten zu, aber wenn, dann, die Folge war wirklich ein Knaller. Ja, mit schlechter Laune stieg ich ins Auto, schalte den Podcast ein und innerhalb fünf Minuten liege ich geiernd auf dem Lenkrad, Laune wiederhergestellt. 100, wie wir aus Friesen gerne sagen. Ihr kennt euch das auch ein bisschen mit Espresso aus. Ich habe mir so eine Kanne für den Herd zugelegt und will jetzt mal diverse Bohnen ausprobieren. Wie schmeckt es euch denn am besten? Habt ihr einen guten Espresso-Tipp? Ja, habe ich. Ja, da muss man, glaube ich, generell sagen, wenn man eine gute Rösterei gefunden hat, dauert vielleicht auch eine Zeit, bis man mal so den richtigen Geschmack und die richtige Sorte für sich selber gefunden hat. Der eine mag es mit etwas mehr Säure, der andere mag es lieber etwas fruchtiger. Da muss man mal probieren. Also es gibt sehr renommierte Röstereien, eben auch kleine, aber auch bei denen muss man eben die richtige Sorte für sich rausfinden. Ja, genau. Und deswegen, das ist auch mein Tipp, Miriam, das habe ich am Anfang auch gemacht. Einfach mal bei, wenn ihr eine in der Umgebung habt, mal probieren, was die haben und dann einfach mal so kleine Probierpackungen bestellen. Ja, genau. Immer nur so 250 Gramm. Das ist zwar am Anfang etwas, naja, kostet dann immer ein bisschen mehr, aber da kannst du mal probieren. Und da kann man sich oft, ist das jetzt heute bei den Espresso-Vertreibern im Internet so, dass die schon dabei schreiben, der schmeckt mehr fruchtig und hat Säure, der geht mehr in die nussige, schokoladige Ecke. Da schreiben die eigentlich alle schon ganz gut dabei und da probierst du dich einfach mal durch. Ja. Sie ist gerade in Kalifornien, also liebe Grüße nach Kalifornien. So, achso, jetzt kommt es. Aber da regnet, schreibt sie, von wegen, it never rains in Southern Kalifornien. Ja, endlich, endlich. Ich glaube, die hatten noch nie so eine lange Dürrephase. Ich glaube, acht Monate hat es nicht geregnet. Die haben schon richtig Probleme gekriegt, ja. Ja, gut, vielleicht können wir da ein paar Waldbrände nächstes Jahr oder dieses Jahr verhindern. Das wäre ja auch ganz schön. Ja, das regnet es ja nicht lang. Was soll's. So, jetzt schreibt uns der Rainer, ich bin 56 Jahre alt, offensichtlich ungefähr im gleichen Alter. Was? Wir beide sind doch gefühlt 36. Ja. Der Podcast kam zur rechten Zeit. Achso, ich war in meiner Midlife-Crisis und stellte mir immer die Frage, was das Leben noch zu bieten hat. Und dann kamt ihr. Kinder sind mittlerweile 23, 27 Jahre alt, Ehefrau im Sportwahn. Während betreutes Fühlen ein ständiger Podcast-Begleiter meinerseits ist, musste ich immer wieder feststellen, dass mir die Inhalte immer lange in den Knochen steckten als anerkannter Grübler. Wahrscheinlich nochmal. Euer Mix aus Humor und Ernsthaftigkeit hat mir meine Leichtigkeit zurückgegeben. Danke dafür. Ah ja, okay. Atze kenne ich schon länger, jedoch seit den Auftritten Lanz und Hotel Matze bin ich regelrecht zum Atze jünger emporgestiegen. Ja, ja. Warte, da habe ich auch ein schönes Zitat gehört. Zu viel Weihrauch macht den Heiligen rustig. Ja. Till wiederum war bei mir etwas in Vergessenheit geraten, aber klar, weil ich ein Kanzler bin, we are the world, waren sofort wieder präsent. Ich liebe das Lachen von Till und seinen trockenen Humor. Euren therapeutischen Podcast sollte noch viele Jahre weiter fortgeführt werden, weil, nicht selten zitiere ich euch, ohne euch zu erwähnen, was mich zum Poeten meiner Kumpels werden lässt. So ist es richtig. Auch mal mit fremden Federn schmücken. Diesen Mehrwert solltet ihr beide noch lange Zeit liefern. Vielen Dank und weiterhin alles Gute euch lieben Cousine Rainer. Weißt du, das finde ich eigentlich unseren schönsten Verdienst zur Gendergleichstellung, dass unsere Hörer, ich habe jetzt bewusst die männliche Form gewählt, anscheinend kein Problem damit haben, sich mittlerweile einfach als Cousinen zu bezeichnen. Ja, absolut. Und das zeigt doch schon, wie sehr man sich die Hand reicht. Großartig. Ja, und ich möchte hier noch eine Cousine vorlesen. Auch mal wieder Kontrastprogramm, weil dafür sind wir ja auch bekannt. Wie fange ich diese Mehrwert hier? Am besten dort, wo ich mich gerade befinde. Und zwar befand er sich am 24.12. um circa 18 Uhr an einem Bahnhof in Österreich an der Grenze zu Deutschland. Noch vor zwei Tagen saß ich mit vielen verängstigten Frauen und Kindern in einem Bunker in Mykolaiv in der Ukraine. Dank eures Podcasts konnte ich dort, in diesem Bunker, vergleichsweise gut klarkommen. Danke für die Hilfe, das durchzuhalten. Meinem Gefühl nach zu urteilen, hatten die anderen anwesend nicht ganz so viel Glück. Ich sah Kinder, die schrien, Kinder, die apathisch da saßen und ich sah Frauen, die desillusioniert und voller Angst zusammengekauert vor sich hin starrten. In der Ukraine herrscht ein entsetzlicher Krieg und die russischen Truppen begehen jeden verdammten Tag Kriegsverbrechen in der Ukraine. Wir vergessen das leider viel zu oft. Als Zeuge der unmittelbaren Auswirkungen kann ich jederzeit davon berichten. Nichts davon ist nur im Ansatz romantisch. Ich hatte selber auch Angst. Für die Ukraine bin ich seit dem 24.02.2022 freiwillig im Einsatz, um dort Menschen in Not zu helfen. Seit Kriegsbeginn konnte ich 2051 Personen nach Deutschland und damit in Sicherheit bringen. Gegenwärtig versuche ich eine Feldküche zu organisieren, damit wir, die Leute vor Ort und ich, die Menschen im Mykolaiv, Kersan und Odessa warmes Essen bringen können. Es gibt weder ausreichend Strom, noch Wärme, noch Nahrung oder Wasser. Durch die inzwischen zehn Monate Arbeit für und mit vom Krieg betroffenen Menschen sind viele gute Kontakte entstanden. Seit gestern gibt es ein enges Netzwerk mit engagierten Helfern aus den oben genannten Städten, über die wir ab Ende Februar 2023 örtliche Infrastruktur zur Zubereitung der Mahlzeiten nutzen können. Weil das alles für die paar Zeilen zu viel Information sind, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, damit ich die ganze Geschichte von Anfang bis Ende erzählen kann. Nein, ich habe es einfach so vorgelesen. Jetzt möchte ich einfach nur noch nach Hause und Weihnachten fühlen. Feiern oder genießen werde ich es nicht. In nur 430 Kilometern ist es geschafft. Frohe, friedliche Weihnachten für euch. Wahnsinn, ich finde das immer faszinierend von Leuten zu lesen, die sich einfach auf den Weg machen und helfen. Ja, es ging mir bei der Zuschrift auch so, dass ich gedacht habe, ui, der hat ja wirklich ein ganzes Fass voll mit guten Taten. Und dann guckst du in deine eigene Tasse und denkst dir, hoffentlich ist es da genug drin. Ja, wobei ich muss immer wieder Vera Röttgering zitieren, die Gründerin von Herzenswünsche e.V., die hat immer gesagt, Till, ich brauche sie alle. Ich brauche die, die vor Ort sind, ich brauche die, die anpacken, ich brauche die, die Kontakte knüpfen und ich brauche die, die nur in Anführungsstrichen Geld einsammeln. Ich brauche sie alle. Ich glaube, es ist nicht jeder dafür geschaffen, da in einem Bunker zu sitzen. Ja, und trotzdem bewundert man sowas, ja. Ja, absolut. Aber es ist schon richtig. Es wäre ja auch schön, wenn man einfach zu denen gehört, die dann sagen, gut, dann spende ich eben Geld. Genau. Oder ich gebe hier ein paar gute Sachen ab an Flüchtlinge oder und so weiter. Da sind wir wieder bei der eigenen Tasse und die kann man so voll machen, wie man am besten damit klarkommt. Ja, das stimme ich absolut zu. Du bist jetzt auf Tour. Ich bin auf Tour, ja. Ab Mittwoch Magdeburg geht es los, dann kommt Berlin, Neubrandenburg. Dann geht es in den Süden, Freiburg, Trier, Bodensee und so weiter. Ich freue mich auch schon richtig drauf, weil das Programm ist natürlich so eingespielt. Ja, und das ist die letzte Gelegenheit, dieses Programm nochmal zu sehen. Ja, ich freue mich auch schon. Achso, in Hamm bin ich auch zwei Tage, genau. Ja, ja, ja. Und ich spaß mir sozusagen auf, bis du wirklich in Bestform bist, damit ich sozusagen mal einen würdigen Review zu diesem Programm kriege. Ja, jetzt ist natürlich, guck mal, ich bin zwei Tage in Hamm, jetzt muss man echt überlegen. So, ersten Tag bin ich noch topfit. Die Speicher sind voll. Ja. Nur meine Crew sagt immer, wenn du so völlig am Ende bist und hast nur eine Stunde geschlafen, dann bist du immer noch witziger. Ja, aber ich verspreche dir, daran können wir arbeiten. Okay, gut. Da habe ich schon einen Plan. Da hast du ungefähr schon mal einen Plan im Kopf und bald geht es ans Feinraster. So, ganz genau. Ja, achso, Leute, ihr habt geschrieben, gibt es nochmal einen Nachschlag bei den Cousinen? Stimmt, ja. Es gibt auch einen Nachschlag und Nachtrag bei den Cousinen. Wir hatten einen Auftritt in Kreuztal. Im schönen Siegerland, ja. Ja, der Cross Valley, haben wir das früher mit Till und Obel immer genannt. Und da geht es nach Cross Valley. Wir sind am 31. Januar in Kreuztal in den Campus Buschhütten. Da ist es nochmal zärtliche Cousinen live. Und ja, da sollte man auch nochmal hingehen. Da könnt ihr auch Karten kaufen bei Eventim oder wo auch immer. Aber da werdet ihr die Cousinen nochmal sehen. Im Siegerland, das passt ja auch irgendwie zu uns. Ja. Im Siegerland, das ist so wie Chefsalat. Ja, heil dir im Siegerland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz genau. Ist das nicht die österreichische Nationalhymne, heil dir im Siegerkranz? Nein, es ist doch hier der Sieger von Golgatha. Das ist ein Kirchenlied. Achso. Also wenn die Ersten jetzt schon wieder Twitter angeschmissen haben, alles gut, wir gedenken hier immer wieder unserem Papst ade. Der Postillion war so hart, wir sind tot. Oder war es der Postillion oder war es die Titanic? Ich weiß es nicht genau. Oh Gott, ist das lustig. Wir sind tot. Ratzinger war der Benedetto, ja. Ja, ja, er war Benedetto. Ey, das ist, guck mal, der jetzige Papst, der Franziskus, der ist ja ein offensichtlich ganz toller Kerl, Argentinier und sozial sehr engagiert. Ja, wenn er nicht Katholik wäre. Er hat so viel von Ratzingers Erben um sich herum und er ist ja ein schwacher Papst und er kommt da nicht gegen an. Und die haben ja eh kaum noch Members, die haben ja nicht mal mehr Prospekts. Tja, und dann ziehen sie ihre ganzen alten Dogmen nochmal durch, um die letzten Gläubigen auch noch zu vergrauen. Mann, Mann, Mann. Links und rechts. Ja. Wer hat den meisten Immobiliengrundbesitz in Deutschland? Die Kirche. Karl-Josef Ratzinger oder, wie Oliver Pollack ihn nennt, Hitler-Junge Benedetto. Oh Gott. Ja, ja. Ja. Ja, was soll. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. So, kommen wir zur Musik. Ja. Wenn schon nicht für immer, dann für ewig. Ganz genau. Ab heute für immer. Ja. Du kommst, ist schon gut, ne? Man belauert sich so gegenseitig. Ja, man schweigt umeinander rum. Wer zieht zuerst? Ja, ja, wer zieht zuerst. Oh Gott. Neulich war es wieder so weit. Ich dachte, bevor ich ausmache, ich habe doch jetzt diesen schönen neuen Fernseher, dann drücke ich nochmal auf alle Tasten. Auf einmal lande ich mitten um halb zwei nachts mitten in Spiel mir das Lied vom Tod. Überflüssig zu sagen. Ja. Was dann passierte. Ja. Völlig übernächtigt. Ja. Nein, du machst es einfach nicht aus. Also ich bin jedenfalls, ich kann da nicht. Nein. Ich kann es nicht. Das wäre ein Sakrileg. Geht auf keinen Fall. Nein, 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 nein. Das ist aber, wir belauern uns hier so ein bisschen wie Evander Holyfield und Mike Tyson. Ja. Also The Real Deal gegen den Trümmer Heini. Ja, Trümmer Lotten Erni. Ja, Trümmer Lotten Erni. Aha. Du weißt, was das heißt. Achso, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, bei Lidl ist das Wasserrudergerät, Wood Champion 2 ist jetzt runtergesetzt von 1249 auf 799. Wäre das nicht was für dich? Ja, aber nur wenn 7, also ich warte, bis es auf 7,99 reduziert wird. Also 7,99 Euro. Ja, ja, 7,99 Euro, weil dann schlage ich wohl zu. Ja, dazu natürlich drei Kisten von dem Lidl Champagner, der ist gar nicht so schlecht. Ja, 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 alles, alles trinkbar, alles extrem trinkbar, aber kommen wir zurück zur gitarrenlastigen Wasserruder. Ja, ich habe Marc Knopfler von 1996 und ich habe den Song, es ist eine B-Seite und ich habe den Song letztens in einem tollen Film gesehen, gehört und zwar ist das Gravy Train und der Song ging mir so unter die Haut, Wahnsinn und mehr möchte ich dir eigentlich auch gar nicht zu sagen, lasst diesen Song auf euch wirken, der hat mich, ja, für ein paar Minuten wirklich ins All geschossen. Also von der Solo-Platte tatsächlich? Der ist, ich weiß aber gar nicht, welche B-Seite es ist, die Songs sind ja alle nochmal remastered worden und 2021 rausgekommen und dieser war eben dabei, da waren die ganzen B-Seiten auch dabei und ich glaube, das ist von der LP Wack the Dog, aber Gravy Trainers, ist die Nummer, die von Marc Knopfler im Moment bei mir auf eins ist und die hat mich so abgeholt, Subkutan unter die Haut sozusagen, Hammer. Ich kenne sie nicht und das macht mich umso neugieriger. Ich kannte sie auch nicht, ich habe dann sofort geschesselt, um rauszukriegen, was ich da gerade höre. Ja und ich war fertig mit der Welt, wirklich. Ja. Ja gut, wenn du so unterwegs bist, dann mache ich das. Ich hatte dann überlegt, ob ich dann auch Whole Lotta Love nehme, aber meine ich, sondern ich feiere heute die Freundschaft. Ich feiere heute die Freundschaft mit einem Song von den Rolling Stones, den ich lange belächelt, verflucht, ignoriert und verhöhnt, gar verhöhnt habe und zu dem ich aber jetzt vielleicht durch meine neue Jazzliebe auch etwas wieder ein bisschen zurückgefunden habe und das ist einfach Waiting on a Friend. Waiting on a Friend und ich weiß, das Video, viele belächeln das Video, weil es auch ziemlich selten dämlich ist, aber der Song hat... Ey, der Song ruht mich auch total ab. Die Lyrics, ich zitiere einfach mal aus den Lierungen. Don't need a whore, I don't need no booze, I don't need a virgin priest, but I need someone I can cry to, I need someone to protect. Making love and breaking hearts, it is a game for youth, but I'm not waiting on a lady, I'm just waiting on a friend. Und da habe ich gedacht, ey, ich gehe ins neue Jahr mit einer Ode an unsere Freundschaft, I'm just waiting on a friend, das ist an dich gemünzt. Haben wir. Und da wusstest du, dass das Saxophon-Solo von Sonny Rollins ist? Ja. Dem großen Sonny Rollins, der, er wusste nicht, er hat einen Anruf bekommen und da sagte ihm irgendeiner, ja, du sollst bei den Stones auf dem Album blasen und er wusste überhaupt gar nicht, wer das ist. Die Rolling Stones und hat gesagt, ich fürchte, ich bin nicht interessiert. Aber vielleicht haben sie ihn erstmal nur wegen des Nachnamens genommen. Ja, die haben die natürlich, äh, ja, das ist... Nein, der ist ein wahnsinniger Saxophonist gewesen. Ja, Charlie Watts hat das natürlich vorgeschlagen, der große Jazz-Fan. Ja, aber der hat so einen Ton auf dem Saxophon und das ist ja das Entscheidende beim Saxophon. Ja. Der Ton, weil sonst geht's dir automatisch direkt auf den Sack. Und er hat so einen samtigen Ton, das ist ja, das ist der Hammer. Ja, und, ähm, und dann hat seine Frau ihm gesagt, seine Frau hat ihm gesagt, ja, mal, das Rolling Stones, mach da mal ruhig mit, das kann nicht schaden. Ja. Und, und dann hab ich als Kind immer gedacht, naja, gut, der bläst da halt ein bisschen Saxophon, ne? Ja. Und dann hab ich so über die Jahre hinweg die Nummer neulich mal durch verschiedene Live-Stationen gehört, wie sie es live gespielt haben und dann denkst du immer nur so, ja, ist nicht schlecht, aber es ist nicht Sonny Rollins, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Ach so, okay, 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 okay. Dann hab ich erst so spät erkannt, wie geil die Kanne geblasen ist. Ja, das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn du, wenn du Saxophonisten aufzählen müsstest, du kommst ja dann nur auf eine Handvoll, wo du sagst, ey, der Ton holt mich ab, ne, Wayne Charter vielleicht, äh, Cannonball, Coltrane. Coltrane, ja. Aber das ist schon, das ist schon absolut erste Liga, ne? Meine Fresse, ey. Hammer. Ja. Aber der Song holt mich total ab. Ja, der mag, äh, 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 natürlich, wenn man so als junger Stones-Fan denkst, was soll denn dieses Samba-Getrommel da, äh, das Lyrische und was soll denn das Greinen und jetzt so als siebenfünfziger Löwe mit Patina an der Mähne, denkst du dir nur, ja, sicher, so ist es genau, das ist ne Hammernummer, die ist geil, ne? Ich muss gleich. Geh mir weg mit dem Weiber-Freundschaft. Ich muss in zwanzig Minuten am Bahnhof sein. Ja. Springe in den Zug und werde die Nummer erstmal in Schleife hören. Die finde ich so geil. Aber dann tue deine. Ich höre deine Fallen und höre dir Gravy-Train an. Umgehend, umgehend. Wunderbar. Tü. Ah, du Alten. Atze. Wemser-Bascher. Was ja Wemser meint. Ja. In dem Sinne, oder? Lass dir es gut gehen und wir sprechen die Tage. Und dann, ja, ich freue mich schon wieder drauf. I'm just waiting on a friend. Und wenn wir zusammen den Mond anheulen. Das wird wieder toll. So sieht's aus. Punkt. Also. Tschüss. Tschüssi. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Regen. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.